Sind Sie in einem gegründeten Arbeitsverhältnis und in der Kündigungsfrist noch schwanger worden? Kein Grund, um zu verzweifeln. Ich habe Ihnen drei Tipps, was Sie jetzt machen müssen. Erstens, gehen Sie zur Gynäkologin und organisieren Sie sich einen Attest über die Schwangerschaft. Es ist hilfreich, wenn Sie Ihren Arbeitgeber über Ihre baldige Mutterschaft in Kenntnis setzen. Idealerweise so schnell wie möglich. Zweitens, lassen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber nicht abwimmeln. Egal was er sagt, Sie sind ab jetzt geschützt und Ihr Arbeitsverhältnis endet nicht mehr wie geplant am Ende der Kündigungsfrist. Die wird jetzt nämlich unterbrochen und so bis zu 16 Wochen nach der Geburt. Erst dann läuft der Rest der Kündigungsfrist weiter. Drittens, wenn Sie selber gekündet haben oder an einer neuen Arbeitsstelle noch in der Probezeit sind, dann gilt das alles nicht. In diesem Fall unterbricht sich die Kündigungsfrist nicht. Ihr Arbeitsverhältnis geht wie geplant mit dem Ablauf der ursprünglichen Kündigungsfrist zu Ende. Weitere Informationen zum Thema Kündigungsschutz bei Schwangerschaft finden Sie auf geider.ch. Die Kündigungsfrist wird auch in der Zeit, 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 in der Zeit.